Damit hallo und herzlich willkommen zur Review für Kapitel 1065, unser nächster Eintrag in der Egghead Island Saga. Und auch in diesem Kapitel ist wieder einiges passiert, eine Spur entspannter als in den letzten Kapiteln, aber wir gehen es auch hier wieder Schritt für Schritt durch. Und in der ersten Szene beschäftigen wir uns mit Brook, Zorro und Karibu, die hier einen kleinen Dialog darüber führen, dass Karibu ja mit der Strohmanne Wano Kuni verlassen sollte und sie ihn auf der nächsten Insel absetzen sollten. Selbstverständlich war in der Abmachung nie davon gesprochen, was für eine Art von Insel das sein soll, doch Karibu ist doch mehr als entsetzt darüber, dass sie ihn jetzt auf einer Insel, die von der Welt regelkontrolliert wird, absetzen wollen. Doch Zorro bleibt natürlich eisern und gibt ihm hier noch die kalte Schulter, beziehungsweise bedankt sich noch dafür, dass sie ihm geholfen hat und wünscht ihm noch alles Gute auf seinem Wege. Das ist auch erstmal das Letzte, was wir von Karibu jetzt erstmal sehen, doch er schwört, dass er sich das merken wird für das nächste Mal, wenn sie ihn sehen. Was man bei Karibu, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, denn über die letzten Arks hat dieser Typ immer wieder Informationen aufgeschnappt, die ihm früher oder später, glaube ich, echt noch einen guten Vorteil schaffen könnten. Auch wenn natürlich die Frage ist, wie viel ihm das bringt, wenn er jetzt von der Weltregierung oder sowas geschnappt wird, wobei wir noch nicht so wirklich genau wissen, wie viel Einfluss die Weltregierung wirklich auf dieser Insel hat, zumindest in puncto auf das Fangen von Piraten. Bisher wirkte das noch nicht so omnipräsent, deswegen will ich das mal noch zur Diskussion offen lassen. Vom ersten Zeitpunkt des Kapitels kommen wir aber direkt zum Hauptteil, wieder zurück zur Gruppe der Strohutbande rund um Veggie Girl. Denn die machen sich natürlich direkt auf den Weg in das Büro, doch zunächst mal sind Nami und Lissop massiv darüber eindruckt, dass wir hier Rolltreppen haben. Vollkommen zu Recht faszinierende Technologie, auch in der modernen Welt und der Stoff für einige Albträume. Oder geht das nur mir so? Während die beiden aber komplett amazed sind, unterhält sich Frankie mit Veggie Girl und so ein bisschen kommt das Thema auf, wie die ganze Insel eigentlich mit Energie versorgt wird und da werden hier auch einige Bits ausgetauscht. Das interessanteste für mich ist hier, dass Veggie Girl darüber spricht, dass es keine ewige bzw. unaufhörliche Flamme gibt. Was so unglaublich spezifisch ist, dass ich fast schon glaube, dass es eine Art Foreshadowing sein könnte, dass irgendwie ein Plotpunkt für den Ark noch sein könnte, die Energie versorgen oder vielleicht eine Art von ewiger Flamme, die niemals ausgeht und somit vielleicht auch Energieprobleme auf Egghand Island, vielleicht sogar der ganzen Welt mal lösen könnte. Aber ich glaube, da lese ich auch jetzt ein bisschen sehr viel in diesen einen Halbsatz rein. Dann sehen wir noch etwas mehr Zukunftstechnologie mit Türen, durch die man einfach durchlaufen kann und die Strohhütte einfach mal wieder in ihren Rollen. Das nächste Interessante ist aber, dass wir hier den nächsten Serapen zu Gesicht bekommen und dabei handelt es sich um eine Kopie von Jinbei als Kind, was auch wieder in die Reihe der Samurai mit hineinpasst. Dazu kommt aber auch, dass Jinbei auch diese auffällig dunkle Hautfarbe hat und jebei können wir an seinem Handgelenk sogar noch eine Art Armreif oder eine Art ersetztes Stück seines Armes erkennen, in dem eine Flüssigkeit zu sehen ist. Ich würde mal vermuten, dass es sich bei dieser Flüssigkeit um die handelt, die wir auch im Tank hinter ihm sehen können, mit dem Seraphim 04 bzw. der Nummer 098 dahinter. Ich habe mal ein ganz kleines bisschen geguckt, wofür das stehen könnte. Das einzig Interessante, was ich gefunden habe, ist, dass das der Pokédex-Eintrags von Krabbi ist. Macht daraus, was ihr wollt. Aber selbstverständlich sind die Strohüter ein wenig verwundert darüber, hier Jinbei in einer so abgewandelten und vor allem kindlichen Form zu sehen, doch es wird relativ schnell herauskristallisiert, dass es sich hier um einen Pazifister handeln muss. Und Lüso stellt fest, dass das eine Falle war. Oh mein Gott, ein Mitarbeiter der Weltkriegung hat sie in eine Falle gelockt. Wer hätte denn nur damit rechnen können? Wir sind alle geschockt. Daraufhin folgt auch ein mehr oder weniger unfreiwilliger Kampf seitens der Strohhüte und der neue Pazifister zeigt auch, was er alles so drauf hat. Und hierbei sehen wir auch, dass diese Art von Jinbei eine Teufelsfrucht besitzt oder zumindest noch Teil einer Teufelsfrüchte über die Fähigkeiten, die wir von Pazifistern, also die Leser gesehen haben, hinausgeht. Und in der ersten Sekunde war ich mir so ein kleines bisschen unsicher, ob das hier eine Art von Logia sein könnte, doch Frankie merkt direkt an, dass er diese Fähigkeit kennt, was es ziemlich genau auf die Shrimp-Frimm-Frucht festnagelt oder zumindest eine vergleichbare Frucht. Was natürlich jetzt ein paar interessante Schlussfolgerungen zulässt. Zunächst einmal haben wir jetzt die zweite Instanz von einer kopierten Teufelsfrucht nach der von Momo bzw. Kaido. Jetzt die von Senyor Pink hier mit der Shrimp-Frimm-Frucht, wenn es sich denn um diese Fähigkeit handelt und nicht eine vergleichbare Fähigkeit. Allerdings sollte man auch dazu sagen, dass Jinbei hier anscheinend auch in der Lage zu sein scheint, die verflüssigte Umgebung zu benutzen als Waffe. Zumindest macht es den Anschein, als er auf Nico Robin losgeht. Wir sehen die Attacke nicht ausgeführt, da Lysop das Ganze unterbricht, daher fehlt uns auch hier so ein kleines bisschen Input. Lysop wird danach auch von Jim gepackt, doch Frankie will das Ganze beenden mit einem Radical Beam und dabei bekommen wir auch den harten Cut von dieser Szene zu einer anderen, wo wir den nächsten Satelliten von Vegapunk bekommen, nämlich Vegapunk, Addison oder wie ich ihn liebevoll nennen werde Veggie Boy. Veggie Boy hat auch ein paar interessante Sachen zu sagen, nämlich dass die Seraphen halt immer noch Kinder sind und dementsprechend noch nicht durch Lasertests durchgeführt werden sollen. Was ja impliziert, dass die Vermutung, die ich vor einigen Kapiteln mal geäußert habe, dass der Grund, warum sie Kinder sind, vermutlich damit zusammenhängt, dass sie vermutlich eigentlich als Erwachsene benutzt werden sollten, allerdings einfach noch nicht das Stadion erreicht haben, allerdings jetzt schon genutzt werden sollen, weil die Samurai eben jetzt abgesetzt sind und somit also noch nicht ihre volle Stärke erreicht haben. Den Anschein macht richtig gewesen zu sein. Veggie Girl ist auch in der ganzen Szene beteiligt und regt sich natürlich darüber rauf, dass Frankie anscheinend keine Ahnung hat, was für Schäden er gerade verursacht, was jetzt nicht unglaublich überraschend ist, dass die Pazifister oder generell die Seraphien extrem viel kosten, aber ist trotzdem eine ganz nette Idee, das nochmal mit eingeworfen zu haben. Veggie Boy ist daraufhin aber doch etwas irritiert und er ruft Heureka, denn er hat eine neue Idee. Was eine sehr coole, nette kleine Idee ist, denn Vegapunk Edison basiert ja sehr offensichtlich auf Thomas Edison und bei dem wurde es immer so überliefert, soweit ich mich zumindest erinnern kann, vielleicht habe ich da auch was verwechselt, dass der immer wenn er eine Idee hatte, Heureka gerufen hat. Deswegen sehr, sehr cooler, not dass Oda das hier mit eingebaut hat. Direkt in der nächsten Szene bekommen wir aber auch schon wieder einen neuen Satelliten von Vegapunk zu sehen, Vegapunk 04 Pythagoras. Und wenn ich jetzt ganz einfach mal Dreiecke mit in den Raum werfe, werden bestimmt der ein oder andere von euch PTSD aus dem Matheunterricht bekommen. Um sowas aber in Zukunft zu vermeiden, werden wir ihn ganz einfach auf VeggieBot umtaufen. Und VeggieBot ist auch ganz, ganz erfreut darüber, dass wir so viele Kampfdaten bekommen und man sowas ja nicht immer bekommt und verliert sich nahezu schon in seinen ganzen technischen Daten, doch dann fällt ihm auf, verdammt, er müsste mal die Toilette benutzen. Und das bedeutet Vorhang auf für den nächsten Satelliten, den wir im Kapitel vorgestellt bekommen. Vegapunk 06 York. Eine Dame, die sich anscheinend um die lebenserhaltenden Maßnahmen der Vegapunks kümmert, was sowohl das Essen als auch das Schlafen involviert, so wie wir sie hier vorgestellt bekommen. Und während einige kleine Helferbots ganz, ganz aufgeregt sind und Material zu VeggieBot und VeggieBoy schaffen wollen für ihre Experimente, schneiden wir wieder zurück zu den Strohhüten, bei denen eine neue Person den Kampf betreten hat und diesen unterbricht. Besagte Person stellt sich ebenfalls als Dr. Vegapunk Shaka vor, erkennt die Strohhüter auch direkt als eben ihre Piraten-Crew und nachdem sich Sanji darüber beschwertet, dass er aus seinen Schuhen nicht herauskommt und Vegapunk erklärt, dass man natürlich in der Gegenwart von Piraten immer wachsam bleiben sollte, ist Lissop ein kleines bisschen irritiert, denn ihm wurde ja gerade schon ein Vegapunk vorgestellt. VeggieDuff, denn er erinnert mich an den einen Song von den DuffPunks, weist darauf hin, dass er aber trotzdem Vegapunk sein soll und Lissop ist da so sich ein bisschen verwirrt und merkt an, dass er auch vergessen hat, sich als Vegapunk vorzustellen. Und ich glaube, Oda hat hier einen kleinen Seitenverweis auf Spongebob eingebaut. VeggieDuff unterhält sich auch ein bisschen mit Frankie und Frankie ist komplett begeistert davon, wie futuristisch diese Insel ist. Doch VeggieDuff sieht das Ganze tatsächlich ein kleines bisschen anders, denn tatsächlich soll es eigentlich so sein, dass Egghead Island eigentlich eine Insel der Vergangenheit ist. Wir bekommen auch während die beiden sich unterhalten einen kleinen Schwenk rüber zu den Strohhüten, was auch die letzte Szene des Kapitels ist, in dem die Gruppe rund um Ruffy einen riesigen Roboter in den Tiefen von Egghead Island findet. Die Anspielung von Vegarduff, dass die Insel eigentlich der Vergangenheit angehört, verwundert Frankie natürlich verständlicherweise etwas und fragt natürlich, was es damit auf sich hat. Vegapunk will aber darauf erst mal wissen, wenn er ihnen sagen würde, dass es vor vielen, vielen Jahrhunderten eine Zivilisation gab, die unglaublich weit entwickelt war, nämlich ziemlich genau eine Zivilisation von vor 900 Jahren, ob sie ihm denn eigentlich glauben würden. Und mit diesem Satz endet auch das Kapitel, ohne dass wir eine wirkliche Antwort der Strohüte bekommen. Und in typischer One-Piece-Manier wirft das natürlich wieder nur Fragen auf, ohne wirklich Fragen zu beantworten. Bevor ich allerdings der Review jetzt zu einem Ende führe, will ich natürlich meine Gedanken zum Abschluss und generell zum Kapitel noch mit euch teilen. Ich denke, die Zivilisation, auf die er hier anspielt, ist ziemlich eindeutig die Zivilisation aus dem leeren Jahrhundert. Was in die Anspielungen, die wir über die letzten Jahre bekommen haben, eigentlich auch mit hineinpasst, dass es da eine Art von Konflikt mit dieser Zivilisation gab, die zu ihrem Untergang geführt hat. Eine Zivilisation, die extrem alt, allerdings sehr weit entwickelt war, ist jetzt nicht unbedingt ein neuer Plot, aber das hat auch schon in der Vergangenheit zu grandiosen Geschichten geführt. Wenn wir allerdings so ein bisschen mit dem ganzen Gedanken spielen, kann man natürlich die Frage stellen, hat Vegapunk selbst denn Verbindungen zu diesem besagten leeren Jahrhundert, und zumindest zu der Zivilisation, die er hier anspricht? Hat er vielleicht selbst Verwandte bis dahin gehabt? Oder hat er ganz einfach diese Insel nur gefunden und hat dann einfach nur angefangen zu forschen und hat Dinge herausgefunden über die Weltregierung, was letztendlich auch der Grund dafür ist, warum er jetzt ausgeschaltet werden soll? Ist die besagte Insel auf der Eckett Island basiert vielleicht sogar eine alte Stätte dieses leeren Jahrhunderts oder vielleicht sogar die Insel des leeren Jahrhunderts selbst, wenn diese denn überhaupt noch existiert? Und weiß die Weltregierung denn davon, was für Schätze aus diesem alten Jahrhundert sich vermutlich auf dieser Insel noch finden lassen können? Ich tendiere bei letzter Frage zu Nein, denn wenn es noch Verbleibe aus dieser Zeit geben würde, bin ich mir relativ sicher, dass diese unter höchstem Verschluss in Mary Joa gehalten werden würden oder eben dafür gesorgt werden würde, dass niemand sie mehr finden kann. Beispiel Luciana lässt grüßen. Wenn wir aber auch über eine solch antike Zivilisation sprechen, ist ja der Gedanke natürlich nicht sehr weit entfernt, auch über die antiken Waffen zu sprechen. Uranus stellt immer noch ein großes Fragezeichen dar, das wir noch nicht so richtig in die Welt von One Piece einordnen können. Natürlich gibt es einige Ansätze, was es sein könnte, zuletzt zum Beispiel eben Beispiel Luciana mit der Szene, die wir zu Insel mal bekommen haben. Aber was wirklich Konkretes wissen wir dazu eben noch nicht. Sind die antiken Waffen durch diese eben antike Zivilisation entstanden und erschaffen wurden? Und war das einer der Gründe dafür, warum diese Zivilisation ausgelöscht werden musste? Damit man sich diese Waffe zum Unterjochen der Welt, was die Weltregierung ja in gewisser Art und Weise getan hat, anzueignen? Tja, Fragen über Fragen, auf die wir zumindest innerhalb dieses Kapitels keine Antwort erhalten. Das sind aber auch meine Gedanken zum Kapitel und vor allem zu den Implizierungen am Ende. Doch damit möchte ich euch auch gar nicht länger mehr eurer Zeit stehlen. Euer Input ist natürlich wie immer unglaublich gerne in den Kommentaren gefragt, da kommt ihr auch am Abo- und Like-Button vorbei, ihr wisst, wie es läuft. Und an der Stelle würde ich mich dann auch von euch verabschieden. Ich bin an der Stelle raus, wünsche euch noch alles Gute und vergesst bitte niemals bei der zweiten Staffel von Save vs. Wild einzuschalten. Ohne Scheiß, ich bin so gehypt auf diese Serie. Ohne Scheiß, ich bin so gehypt auf diese Serie.